diesmal wieder die richtige marke hallo zusammen hier ist wieder eu gotti und heute geht es um das thema body positivity warum geht es wohl darum es wird oft gesagt schönheit liegt im auge des betrachters das ist falsch simon teichmann selbst studierter psychotherapeut psychologe psychotherapeut hat sich vor allem als einer der größten vertreter der fitness community in ganz deutschland und von fitness youtube einem thema gestellt das recht sensibel ist zum einen gehört es zum trend thema und ja auch hier muss ich wieder etwas polemisch sagen zum instagram meinungsbildenden ethisch naja teilweise unpassenden trend thema der heutigen generation und zeit mit schönem plakativen anstrich und genau so werden wir auch mal darüber schauen aber wer jetzt denkt das wird ein reiner abriss für diese bewegung der hat sich natürlich ein wenig getäuscht denn wie man das kennt von meinen videos ich werde das mal einfach von meiner haltung aus nicht nur beleuchten sondern auch versuchen dem objektive argument zu hinterlegen hier steigen wir also auch mal wieder ein wenig in das video eines ist kein reines reaction video wer dazu gerne mal ein reines reaction video haben möchte oder grundsätzlich das auf diesem kanal sehen möchte bitte in die kommentare aber keine sorge es wird nie überhand nehmen denn reine reaktion kanäle da bin ich mir noch unsicher was ich davon halten soll grundsätzlich gehe ich also auf das entsprechende video hier und da ein wieder mit ein paar zitaten die natur greift mich hier an aber werde nicht komplett darauf reagieren zunächst einmal jenseits von dem video body positivity ist eine bewegung die naja so wie sie verstanden wird und natürlich so mangelnd wie sie auf unreifen social media kanälen meistens transportiert wird und seine plakativen hochschreienden anwender findet die da draußen für gerechtigkeit kämpfen indem sie bilder posten da besteht eine gewisse misskonzeption und zwar schauen wir zuerst einmal wieder wie was auch beim letzten mal gemacht haben rein und gucken überhaupt was es bedeuten soll und dazu nehmen wir wieder unseren freund wikipedia was steht denn hier was body positivity sein soll und hier finden wir direkt am anfang die bewegung body positivity setzt sich für die abschaffung unrealistischer und diskriminierender schönheitsideale ein das klingt zunächst erst mal auf einen satz runtergebrochen ziemlich gut allerdings hat das eben wenig mit dem zu tun was die dame hier in dem video vorträgt und auch mit dem wie es auf instagram und co gelebt wird jetzt gehen wir mal etwas genauer in die definition denn unten finden wir noch bei konzept und ich habe ja von einer misskonzeption gesprochen etwas mehr dazu die bewegung hat sich aus dem fat acceptance movement in den usa entwickelt ist aber unter anderem durch die sozialen medien zu einem internationalen fehlen phänomen geworden die sozialen medien in ihrem ursprung gehen die forderung weit über die themen selbst akzeptanz und das eigene körperbild hinaus stattdessen spielen soziale gerechtigkeit diversität und intersektionale antidiskriminierung eine große rolle bevor ich hier auf alle drei begriffe eingehen die nicht immer viel miteinander zu tun haben lese ich erstmal weiter die bewegung setzt sich dafür ein jeden körper zu akzeptieren unabhängig von seinem aussehen körper akzeptieren unabhängig vom aussehen nun ja wenn es um optik und gesellschaft geht dann ist das ein wenig widersprüchlich weil da ist der körper nur im zusammenhang eigentlich mit der optik wie wir hier auch in dem video sehen gibt es auch andere probleme im zusammenhang mit dem körper diese würden schon eher da reinfallen denn die haben dann nicht viel mit aussehen zu tun wenn ich also im rollstuhl sitze oder wenn ich eine körperliche behinderung gleich welche art ob durch unfall oder prädispositiv habe dann kann man relativ wenig dagegen machen und dann hat es auch einen wirklich positiven reiz natürlich das zu akzeptieren allerdings in dem zusammenhang in dem es meistens gelebt wird und wenn es um fettleibigkeit geht dann ist das nicht immer der fall denn manche mögen sich darauf ausruhen dass es oftmals eine genetisch bedingte krankheit ist ist es aber in den aller 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 wenigsten fällen es wird nun gerne darauf geschoben warum nicht dann hat man eine gute entschuldigung dadurch sollen sich die ansichten zu produkten und dienstleistungen wie etwa von fitnessstudios und health clubs ändern ziele der bewegung sind das bekämpfen unrealistischer schönheitsideale da haben wir wieder die unrealistischen das ist per se natürlich dann grundsätzlich wenn sie nicht real sind eine positive sache die stärkung des selbstwertgefühls des einzelnen und des vertrauens in andere menschen die bewegung postuliert ebenfalls dass schönheitsideale konstrukte der gesellschaft sind und dass diese ideale das eigene selbstwertgefühl nicht beeinflussen sollen die grundidee bewegung ist dass sich personen ihrem körper wohlfühlen und ihre körperlichen eigenheiten akzeptieren sollen hier haben wir bereits schon eine kleine problematik und einen kleinen widerspruch drin und zwar schönheitsideale sind konstrukte der gesellschaft und diese ideale sollen das eigene selbstwertgefühl nicht beeinflussen ja absolut richtig es sind konstrukte der gesellschaft allerdings ist jetzt die forderung derjenigen die body positivity meistens nach außen tragen nicht etwa nur eine reine akzeptanz in der gesellschaft sondern dass sie als schön akzeptiert werden und schön wie wir gerade schon gelernt haben ist ein begriff der aus der gesellschaftlichkeit entsteht also will man eigentlich die gesellschaft ändern bevor man sich selbst ändert und das ist eine forderung die natürlich ein wenig egozentrisch ist ihr habt euch alle zu ändern statt dass ich mich ändere wenn man die gesellschaft als club sieht du kannst da gerne reinkommen aber du musst es nicht keiner legt dir die pistole auf und nur weil du nicht in den club reingehst hey kannst du noch jeden anderen club besuchen dann ist das absolut okay will ich in den club dann muss ich nach den regeln dort tanzen in den club komme ich nur rein wenn ich eine krawatte trage lackschuhe anhabe oder sonst irgendetwas dann ist das so aber wenn es heißt das ist der einzige club auf der welt und du musst da rein aber dann musst du dich auch so verhalten dann wäre das eine andere sache so ist es aber nicht das heißt ja ich kann sagen es gibt schönheitsideale in der gesellschaft diesen konstrukt der gesellschaft und da tanze ich nicht mit da mache ich nicht mit aber dann trotzdem zu wollen dass die ein für schön erachten diese gesellschaft nun ja das heißt ich will die regeln ändern der gesellschaft und das passt nicht immer ganz aber jetzt sind wir schon ziemlich tief drin und hier betreten wir vor allem einen raum wo es nur einen schmalen grad gibt zwischen dem mangel an ehrgeiz sich selbst zu ändern und dinge die tatsächlich vielleicht negativ sind und die auch ich so empfinde zu ändern und stattdessen lieber gemütlich das ganze umfeld und die ganze welt ändern zu lassen die müssen sicher für mich ändern denn sonst ist das ganze vielleicht bin ich traurig oder werde nicht akzeptiert und damit ist es eigentlich mehr eine antriebslosigkeit das zu machen und der schmale grad ist eben genau da erreicht wo ist es mangelnder ehrgeiz und wo ist es akzeptanz des unmöglichen und damit gehen wir jetzt auch schon mit dieser kleinen vorbildung die ja ich weiß man könnte sie endlos weiter fortsetzen und ganze bücher darüber schreiben die auch darüber geschrieben wurden aber jetzt gehen wir mal rein und das im hinterkopf behalten gehen wir wieder auf die einzelnen punkte ein dass man wirklich von diesem einen standard schönheitsideal abweicht sondern zeigt okay es gibt ganz viele verschiedene körpertypen und menschen und und farben und alles mögliche was auch schön ist und was auch repräsentation braucht weil das gab es halt bis vor ein paar jahren noch nicht so viel und ich weiß halt dass ich mich zum beispiel damals sehr gefreut hätte wenn ich irgendeine serie geguckt hätte und mich mit irgendeiner person ein bisschen identifizieren hätte können und das fehlt halt so ein bisschen so ein bisschen dieses vorbild so ein bisschen eine person mit der man sich identifizieren kann und allein dass dann die sehgewohnheiten auch so ein bisschen geändert werden dass halt mehr leute mehr typen gesehen werden glaube ich wird auch ein bisschen mehr toleranz geschaffen das hat die diskriminierung ein bisschen weniger wird weil es nicht mehr so außergewöhnlich ist jemanden zu sehen der ein bisschen anders aussieht hier spricht sie von vorbildern und von einem vorbild und von vorbild funktion da ist aber ein großes problem bereits was ein vorbild ist in ihrem kopf das hat sie einfach scheinbar gar nicht verstanden ein vorbild ist etwas ein hohes ziel dass man sich steckt und wo man rein wachsen möchte wo man hinkommen möchte so generell definieren sich ziele man definiert kein ziel als das was man schon erreicht hat also wenn es mein ziel ist jetzt gerade ein video zu schießen das habe ich gerade gewählt dann passt das nicht ganz weil das mache ich jetzt gerade oder wenn es mein ziel jetzt wäre einfach nur trainieren zu gehen das mache ich gerade man steckt sich eigentlich ziele nach dem was man erreichen möchte und nicht schon bereits erreicht hat und genau das ist scheinbar hier auch die misskonzeption in ihrem kopf sie möchte ganz gerne vorbilder finden in ihrem in ihrer umwelt die genau sie entsprechen also in zeichentrick serien schon von kindheitsprägung an bei den vielleicht power rangers oder sonst wo möchte sie dass dort auch ihr körpertyp vertreten ist genau ihre person dann muss man da nicht rein wachsen aber das passt nicht zu vorbildern vorbilder sind etwas an dem man sich hochhangelt für das man kämpft das sind eben ziele die man erreichen möchte egal ob es eine karriere ist und ich habe vielleicht vorbild in form einer person persona dass man eine eine karriere person hat der man nacheifern möchte oder einen sportler oder sonst irgendetwas und in diesem fall vielleicht einen tollen fitten schlanken körper den ich erreichen möchte oder irgendeinen körper dann arbeitet man so lange bis man da ist sie möchte aber dass die vorbilder sich ihr anpassen das heißt das was sie sieht im alltag soll genauso sein wie sie denn da muss sie sich ja nirgendwo ran hochhangeln und das passt einfach nicht das sind keine vorbilder und das hat jeder mensch nicht nur der mensch der mit fettleibigkeit zu kämpfen hat sondern das habe auch ich meine vorbilder sind immer diejenigen gewesen die ich einholen wollte beziehungsweise wo ich hinkommen möchte ob es beim basketball war beim training war ob es im studium war da war es vielleicht dann auch mein vorbild irgendwann filme zu machen oder so etwas all das sind vorbilder die ich versuche zu erfüllen und wo ich mit viel ehrgeiz dann dafür kämpfe aber von anfang an zu sagen nehmen ein vorbild ist eigentlich jemand der sehr schlank ist keine fremdsprache spricht und was weiß ich nur mittelmäßig in der schule ist da muss ich mir gar nicht mehr weiterentwickeln das sind keine vorbilder und wenn ich etwa filme gesehen habe wie braveheart wo ich merke wie unglaublich jemand seine integrität über alles setzt dann ist das ein vorbild für mein leben oder gandhi der es genauso im echten leben gemacht hat das ein vorbild für mein leben aber zu denken ich fände es eigentlich schöner wenn ein vorbild so wäre dass er zwischendurch auch mal die moralischen werte verlässt weil er nicht anders kann sündigt wenn man es mal religiös ausdrücken möchte oder auch mal schwach ist weil ich das ja auch bin hey was ist das für ein vorbild bitte gerade schon gehört es hat vorteile mit einem schlanken körper durchs leben zu gehen welche man ist mit freundlicher behandelt natürlich das andere geschlecht findet ein attraktiver man wird als intelligenter eingestuft man bekommt bessere jobs es ist einfach so dass diese vorurteile da sind wenn du dich bewerben würdest irgendwo mit einem lebenslauf und einem bild und ein anderes mädchen würde sich auch bewerben der lebenslaufer identisch das wäre alles gleich nur das foto würde die menschen dazu bringen ja nicht die übergewichtige person einzustellen ich sage nicht dass das gut ist es ist furchtbar was ist so hier bei dieser stelle muss ich sagen argumentiert simon leider falsch und jeder weiß jetzt natürlich von anfang an abgesehen davon dass ich auch fitness youtube hier irgendwo vertrete ich werde natürlich von anfang an irgendwo er zum lager simon teichmann gehören muss aber hier sagen hier liegt er falsch und das muss ich ganz eindeutig als philosophe und als ethiker sagen er sagt hier man soll sich der gesellschaft anpassen auch wenn es furchtbar und falsch findet was die gesellschaft für werte hat das sagt er hier wortwörtlich und das ist für mich furchtbar pragmatisch er sagt und negiert bereits schon das was die gesellschaft hochhält und die werte der gesellschaft sagt aber man muss sich doch anpassen damit man sich wohlfühlt das ist so pragmatisch und ja opportunistisch und da ist zu wenig argumentation dahinter ich kann mir gut vorstellen dass das vielleicht gar nicht so meint er geht vor allem immer sehr viel auf den gesundheitlichen aspekt ein aber zu sagen selbst wenn die ganze gesellschaft falsch liegt aber ich will ja dazu gehören also passe ich mich an das wird er niemals glauben vor allem in den letzten drei jahren bei anderen themen hat man gemerkt dass er eigentlich gar nicht so denkt kommt hier aber leider so rüber ich weiß nicht ob das dem schnitt dieses videos denn es wurde geschnitten so ein bisschen zum opfer fällt oder ob er hier einfach nicht punktgenau einspruch erhoben hat das weiß ich nicht genau allerdings ist das so wie es hier sagt falsch und da kann ich auch gar kein bisschen auf seiner seite sein wenn er so sehr die gesellschaft hochhebt selbst wenn er sie verachtet dass er sehr trotzdem sich anpassen möchte weil man sich damit einfach wohler fühlt und deswegen sollte das keiner von euch da draußen machen ich persönlich zum beispiel wenn ich das nur auf meine geschichte beziehe ich habe natürlich gesehen dass in der gesellschaft kein spindeldürre körper so gut ankommt aber dieser körper auch nicht ich muss sogar sagen dieser körper kommt etwas weniger in der gesellschaft gut an als der spindeldürre körper da bin ich ein bisschen zu weit gegangen aber von kindheit an ja als ich sieben acht jahre war habe ich muskulöse körper gemalt hemen oder sonst was ob ich jetzt manipuliert wurde oder einfach nur positiv geprägt dass es euch überlassen da draußen dennoch war es mein ziel ich fand das schon toll ich habe das schon vorher bestimmt und es hätte ja auch ein kind sein können dass diese muskulösen körper gar nicht beachtet oder dünne körper toll findet aber ich fand die toll und deswegen weiß ich ganz genau dass man mein wunsch so zu sein und so wollte ich sein aber natürlich immer auch der gesellschaft zeigen dass ich so bin ich fand das toll ich wollte zeigen guck hier ich bin so einer weil ich darauf stolz bin und genau das ist eigentlich eine gewisse body positivity die ich damit an den tag gelegt habe denn auch das hier ich finde es gut also sehe ich es positiv selbst wenn die gesellschaft diesen körper jetzt nicht unbedingt feiert aber nun gut diesen aspekt hat er komplett außer acht gelassen und das finde ich hier natürlich schade und ich finde klar kann man sich verändern damit man mehr gemocht wird aber ich finde man kann auch einfach ein bisschen dafür kämpfen dass die leute einfach eigentlich scheiße behandeln weil dafür gibt es ja keinen grund und hier an dieser stelle merken wir da liegt sie absolut richtig wenn die gesellschaft falsch liegt dann sollte man eben nicht darauf eingehen und dann muss man es bekämpfen und in dem moment hat sie auch eine wirklich positive märtyrer rolle wo sie einfach dafür kämpft die gesellschaft liegt falsch und sie tun es im politischen kennen wir das sehr oft gandhi hat nicht gesagt oh die gesellschaft ist so gut dann passe ich mich an obwohl ich nicht daran glaube nein er hat gekämpft und das haben alle unsere großen helden ob es ein stege ware ist ein gandhi oder ein nelson mandela all die haben etwas gesehen die gesellschaft denkt falsch ich kämpfe jetzt dafür dass man richtig ist und nicht etwa gemütlich gesagt ach kommt dann passe ich mich der gesellschaft an finde ich zwar doof aber ist so eine schablone reinzupassen in so ein abbildende schablone dass man sagt okay das ist jetzt attraktiv das ist gut das ist schön das finden alle schön das finde ich so ein bisschen schwierig weil vor allem zum beispiel auch diese dieses verhältnis teil die hüfte ist halt auch oft einfach naturgegeben dass man breitere hüften hat zum beispiel können viele leute einfach nicht machen und ist halt blöd wenn man sagt okay das ist schön und das finde ich gut und das sind alle toll und du siehst nicht so aus pech gehabt ist es halt ist es halt blöd und und hier an dieser stelle spricht sie von tatsachen die sie nicht gut findet und die sie unfair findet das klingt wiederum wahnsinnig naiv hier würde ich denken hier spricht eine 13 14 jährige das finde ich aber unfair ein wenig trotzig wenn man sagt ja aber du hast nun mal keine flügel mit denen du fliegen kannst der adler der kann das aber das finde ich unfair was ist das für eine alterung im leben so ist das leben das ist einfach ein fakt so ist unser planet aufgebaut und ja auch gewisse schöne aspekte ohne auch hier wieder zu tief gehen zu können führen das ganze mit sich manikfaltigkeit individualität an der einen stelle ist der planet ein bisschen schöner und günstiger fürs leben an der anderen stelle vielleicht nicht entweder du bist da geboren wo ein flusslauf ist grüne wiesen tolle erde zum wachsen und schön schatten der gespendet wird aber genug sonne hinkommt hey das ist super andere sind wiederum in einem wüstenloch geboren hey das ist so das mag ich noch so unfair finden aber das ist so und das hier ist schon fast einander vorbei reden denn sie redet davon dass sie diese dinge blöd findet die einfach fakten sind und nun ja das kann sie noch so blöd finden aber es ist einfach ein fakt so ist das leben ich kann es doof finden dass es ungesund ist wenn ich rauche und alkohol trinke ja aber dann eine sendung machen sagen also ich finde das unfair ich kämpfe dafür dass das nicht so ist okay was soll man noch dazu sagen und es ist ein beispiel das ich schon öfters genannt habe ich kann es zum beispiel auch beim basketball total unfair finden dass ausgerechnet der center position der der direkt unter dem korb ist immer der größere ist und ich finde es unfair dass ich nicht groß bin oder unfair dass ich nicht mit nur 1 meter 76 dafür eingesetzt werde hey das ist ein fakt die großen werden da eingesetzt und die kleinen können weiter nach hinten oder ich kann kein basketball spielen das ist ein fakt egal wie unfair ich das finde aber damit verneint man auch irgendwo lebendigkeit und das leben man will eine neutrale was weiß ich tabula rasa existenz haben und das funktioniert einfach so nicht du sagst ja du fühlst dich wohl in deinem körper fühlst du dich so wohl dass du in einem bikini draußen zack dich ausziehen würde es und sagen würde es hier bin ich ja habe ich vor zwei wochen gemacht ja ja und dabei fühlst du dich wirklich wohl also wirklich ja hier zum schluss sagt sie etwas und da muss ich jetzt ganz schlicht und einfach sagen ohne dass es jetzt eine logische herführung ist das glaube ich einfach nicht ja das glaube ich ihr nicht ich habe es auch schon selbst erfahren was sie geschafft hat und was ich ihr glaube ist dass sie sich mittlerweile traut dass sie sich überwunden hat dass sie es bekämpft hat dass sie nicht mehr darunter leidet bewusst sie hat es nach hinten geschoben das glaube ich ihr alles das ist wie wenn jemand erfolgreich mit einem posttraumatischen belastungssyndrom mit einem trauma zu leben lernt das heißt nicht dass das weg ist das heißt nicht dass da immer die stimme ist wenn er irgendwas wieder hört wenn er im krieg war und er hört einfach nur luftballons knallen dass er nicht kurz dran denkt aber er hat es bekämpft dass er sich nicht zu tief reinsteigert und dass er keine panikattacken bekommt und so weiter aber es ist noch da und wenn sie sich am strand in einem bikini zeigt und dann sieht sie auf einmal von weitem wie ein paar leute dort hingucken dann wird das da bin ich hundertprozentig von überzeugt sie wird nicht in erster Linie denken oh die finden mich gerade sexy kennt ihr das wenn wenn wirklich hübsche frauen schöne gut aussehende gut gebaute männer wenn man die anguckt und da kommt er dieses man merkt direkt auch stolz egal was man davon hält wenn das die erste reaktion ist dann weiß man die denken direkt positiv die denken direkt ah guck mal da gucken mir welche an weil die mich so toll finden das wird nicht bei ihr der fall sein sie wird das merken und sie wird in erster linie denken die gucken mich gerade an weil ich so dick bin und dann kommt die korrektur und sie wird sagen aber das ist mir egal aber diese menschen die so denken werden niemals erfahren wie unglaublich erlösend befreiend und schönes ist wenn man diesen ersten gedanken nicht hat wenn man keine hürde überwinden muss wenn man einfach das erste positive gefühl einfach nur hin nimmt und damit leben kann wenn man nie hinter gedanken hat wenn man nicht mutig sein muss wenn man nicht kämpfen muss wenn man sich nicht überwinden muss sondern einfach so ist und man ist nur positives gewöhnt guckt einen jemand an weiß man oder findet mich gerade schön man kann so viel anders und offener mit der welt umgehen das ist unglaublich und das werden diese menschen nie kennen lernen denn sie haben es gelernt nur mit ihren problemen umzugehen und das irgendwie zu bekämpfen aber diese freiheit gar nicht erst kämpfen zu müssen das ist etwas völlig anderes und das ist auch grundsätzlich so ein bisschen so wenn man immer etwas dicker war und damit gelernt hat gut umzugehen und sagt ich kann doch auch alles im alltag machen und ich bin doch fit wenn die nur einen tag mal die gelegenheit hätten in einen sehr schlanken beweglichen agilen körper zu schlüpfen das wäre so als würde man wahrscheinlich das erste mal drogen ausprobieren die würden gar nicht glauben was das bedeutet aber klar wenn man es nicht kennt dann weiß man nichts davon was er auch nicht weiß das macht einen nicht heiß also das ist ein grundsätzliches problem und psychologische sache das glaube ich hier ich hier einfach nicht und das ist auch einfach naiv dass sie wirklich meint nur weil sie das jetzt bekämpft hat wäre es das gleiche und das wäre vergleichbar nun ja man könnte endlos darüber weitersprechen ich habe jetzt zu einem paar punkten hier stellung bezogen auch allgemein etwas zu body positivity gesagt wer noch einmal zu dem gleichen thema eine vertiefung haben möchte schreibt es in die kommentare dann kann ich mal mehr ein reaction based video machen dafür gab es nämlich auch im vorfeld die idee und ich habe mich jetzt hierfür entschieden ansonsten wer es öfters mal sehen möchte dass ich zu solchen themen stellung nehme es gibt schon eins wo ich das mal gemacht habe da ging es um coach steff der kann sich das gerne mal da oben anschauen ansonsten abonniert den kanal um nichts mehr zu verpassen schreibt mir in die kommentare was ihr davon haltet ich bin sehr gespannt das könnte ein kommentarreiches thema werden und ansonsten sehen wir uns bald wieder macht's gut bis bald euer gotti bis bald 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 Vielen Dank.